Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zum sechsten Teil in der Tagebuchreihe zum Shallow Reef. Es ist nicht wirklich viel passiert aber das monatliche Update kommt trotzdem. Letzter Teil war ziemlich lang, dieser wird etwas kürzer, also dranbleiben, gleich geht's los. Ja Leute, was soll ich erzählen? Ihr seht selber, es ist echt grauenvoll, grauenvoll. Die Chromis sind sich wieder am fetzen und das Becken steht super, es hat Farbe, es wächst, es gedeiht und ich kann mich eigentlich nicht genug beschweren. Standardspruch. Das Becken steht jetzt, roundabout, ausgerechnete 150 Tage. Ich habe mir gerade einen Rechner hier geholt und mal ausgerechnet, wie lange es tatsächlich jetzt steht, also ungefähr jetzt 150 Tage und für 150 Tage für den Komplettumzug von A nach B sieht das verdammt gut aus. Wir haben ein paar Kleinigkeiten, die ich euch zeigen möchte bzw. wo ich mit euch darüber sprechen möchte und ich mache das hier im Nachgang zum Livestream bzw. im Vorfeld zum Livestream. So, der Livestream war gestern am Sonntag und der Teil hier kommt heute am Tag der Deutschen Einheit raus. Ja, was haben wir hier generell gehabt? Ich hatte die Problematik gehabt, dass mir Korallen hops gegangen sind nach dem Urlaub. Das war hier einmal hier vorne die Butternei, die steht hinten auch noch mal auf der Ablegerbank, die ich auch langsam mal wieder sauber machen müsste. Links daneben der Kasten, das ist übrigens ja, das ist der Kasten für meine Fungias, damit die nicht wegfliegen. Der ist auch mittlerweile komplett zugewachsen mit Kalkrotalgen, also ich weiß nicht, was hier gerade mehr zieht, die Kalkrotalgen oder die Korallen. Also die Korallen wachsen moderat. Ich kann mich über das Wachstum nicht genug beschweren. Es ist da, ich setze die Korallen hin. Ich habe jetzt wieder, ich sage es mal, den entsprechenden Punkt gefunden, wie ich jetzt arbeiten muss, seitdem ich jetzt hier oben die Abdeckung drauf habe. Das, was natürlich immer noch stört, ist einerseits jetzt die Sonde, da habe ich noch nichts dran gemacht, die Reefactory-Sonde vom KH-Keeper. Da ist grundsätzlich immer nach einer bis anderthalb Wochen ist die mittlerweile verschleimt. Ganz einfach daran zu sehen am pH. Zuerst habe ich gedacht, blende ich euch auch noch mal eben kurz mit ein, ähm, der pH-Wert, ähm, würde so weit runter gehen, weil ich halt jetzt die Abdeckung drauf habe. Äh, ne, denkste Schätzchen, ist so nicht. Ich muss gerade eben mal kurz schauen hier. KH-Keeper Plus, mehr Anzeigen. Ähm, es ist tatsächlich jetzt so, dass ich, ähm, mit Atemkalk arbeite. Ich mache mal eben unten beide Seiten auf. Ja, da haben wir den Technikschrank offen. Und, ähm, ihr seht, so im laufenden Gebrauch sieht dann alles ein bisschen anders aus, als wie, äh, es am Anfang war. So vielleicht hier und da ein bisschen mehr Staub, ein bisschen mehr, ja, was auch immer. Hier unten sind Ränder, die ich nicht weggeputzt habe. Ähm, aber ist jetzt nicht Thema. Thema ist, ähm, im Moment Reefactory. Einmal nervt mich ganz extrem, äh, dass natürlich da die Sonde regelmäßig gereinigt werden muss mittlerweile. Sieht man am pH-Wert. Ähm, liegt dann tatsächlich, wenn man es regelmäßig macht, jede Woche einmal oder so, ähm, ungefähr 0,1 bis 0,2 daneben. Ich brauche also nicht neu kalibrieren, ich muss sie nur reinigen und wieder rein und gut ist. Ist eine Sache von ein paar Minuten. Eigentlich nicht der Redewert, sollte aber so nicht sein. Ähm, im Moment ist es noch so, dass diese Sonde da halt tatsächlich das anzeigt, was sie anzeigen soll. Also sie ist noch nicht defekt. Ähm, der Wert stimmt noch. Ich habe keinen großen Korrekturwert. Ich muss gerade eben mal gucken, wo liegt der überhaupt bei mir? Äh, bei der 0,12 liegt der Korrekturwert der Sonde. Also der ist noch recht gut. Und, ähm, das Ding, das tut er auch noch. Also solange werde ich auch noch keine neue Sonde jetzt einsetzen. Der nächste Punkt auf meiner Liste, ähm, ist links der Abschirmer. Und zwar, ähm, habe ich da ja jetzt Atemkalk dran, um meinen pH-Wert noch ein bisschen zu pushen und, ähm, das hier oben etwas zu kompensieren. Ähm, ob das jetzt tatsächlich notwendig ist oder nicht, weil ich ja tatsächlich von hinten links zwangsbelüfte, ähm, lassen wir jetzt erstmal dahingestellt. Ich habe ihn angeschlossen und, ähm, habe folgendes festgestellt. Sobald ich da diesen Atemkalk dran packe, ähm, reduziert sich meine Abschirmerleistung. Also die Luftleistung. Weil es ist ja im Endeffekt so, dass, äh, das ein größerer Widerstand ist. Also der Abschirmer kann nicht mehr frei atmen, sondern er wird ja im Prinzip dadurch gezwungen, durch den Atemkalk zu atmen. Heißt im Gegenschluss, wenn ihr an eure, ähm, Abschirmer Atemkalk anschließt, dann müsst ihr auch die Leistung erhöhen, damit dann dementsprechend wieder mehr Luft gezogen wird und ihr auf das gleiche Ergebnis im Endeffekt kommt wie, äh, vorher. Und das habe ich nämlich gemerkt, ich habe es rangepackt und guckt, das Blasenbild sieht aber komisch aus. Ähm, ich versuche das nachher auch nochmal mit der Kamera in irgendeiner Form einzufangen. Es ist einfach so, wenn man einen Abschirmer längere Zeit hat und, äh, man guckt sich unten den Buddy an, wo im, im Reaktionsrohr, ähm, die Blasen aufsteigen und sieht dann in diesen Blasen mehr Schlieren drin, als wie eigentlich sein sollten, ähm, dann denkt man, oh, da stimmt was nicht. Auch das Ergebnis war im Endeffekt, äh, im Moment, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den jetzt auf, äh, fast 100% hab, äh, jetzt laufen, äh, nicht das so, wie ihr es jetzt da seht. Also, ähm, das, was da jetzt zu sehen ist, das ist jetzt das Ergebnis von einer Woche, was er jetzt rausgeholt hat. Und, ähm, er arbeitet vernünftig jetzt wieder, weil, das ist halt eine Sache, wo man wirklich darauf achten muss, ähm, dass der halt, ja, gegen diesen Atemkalk ankämpft und natürlich dadurch auch in diesem Moment weniger Luft kriegt. Das heißt, für regelbare Abschäumer mehr Leistung draufsetzen. Für nicht geregelte Abschäumer, also sprich Abschäumer mit einer stupiden, äh, 220 Volt Pumpe kann ich, äh, keinen Tipp geben. Da ist dann die Leistung geringer, oder ihr lasst den Atemkalk weg und versucht euren pH-Wert auf andere Art und Weise, ähm, zu senken, äh, anzuheben. So, so war's. Ja, ähm, ähm, aber das ist halt so eine Sache, lesen der Geräte, gucken, was läuft, ähm, passt noch alles. Das sind alles so Sachen, die natürlich im laufenden Betrieb von so einem Aquarium im Endeffekt, äh, gemacht werden müssen. Nicht nur hinstellen, äh, alles anschalten und sagen, ähm, läuft toll. Sondern regelmäßiges, regelmäßiges Überprüfen, nicht nur regelmäßiges Messen, sondern, ähm, ist noch alles so verlegt, äh, wie es sein soll? Sind alle Stecker in Ordnung? Sind alle Schläuche sauber verlegt? Oder ist irgendwo einer geknickt, ähm, was dann vielleicht dazu führt, dass nicht genug dosiert wird? Und daher dann, ähm, entsprechende, ich sag jetzt mal, Defizite rühren könnten, etc. Und, äh, sowas gehört dann natürlich auch dazu. Und dann fragt man sich natürlich, ähm, ja, Moment, warum arbeitet denn der jetzt so schlecht? Hat doch vorher vernünftig gelaufen. Da muss man dann auf Ursachenforschung gehen und dann auch, äh, ich sag jetzt mal, so ein kleines bisschen Physik im Kopf haben, um, äh, rauszufinden und zu wissen, äh, ja, Moment, ähm, ich hab da halt einen Filter vorgesetzt. Ein Filter reduziert natürlich den, den tatsächlichen Zufluss, äh, beziehungsweise die, die Zuflussmenge kann reduziert werden, die der Abschirmer zieht und, und, und. Das sind dann halt so Sachen, die man, wo man drauf achten muss. Genauso, wenn man das Becken abdeckt, wie hier, dass man dann hingeht und die Lichtleistung geringfügig erhöht. Habe ich hier jetzt gemacht und, äh, tatsächlich ist es jetzt so, habe ich heute Morgen sogar noch gemessen. Der Marcel hat, hat mich drauf gebracht, könnt ihr mal wieder Phosphat messen und hab gemessen, bin auf eine charmante 29 gekommen. Das ist eine 0,088. Ähm, damit bin ich zufrieden, das ist in Ordnung. Das passt soweit, könnte natürlich etwas weniger sein, aber, ähm, ich hab die letzten zwei Tage etwas, ähm, gehaltvoller gefüttert hier. Bin mit, ähm, Mysis unter anderem rangegangen und, ähm, ja, ich bin momentan, ähm, ein bisschen auf der Suche hinzugehen und zu sagen, ich möchte eigentlich nur noch hier über den Futterautomaten füttern, der übrigens einen Bombenjob macht, das Ding. Und, ähm, rausgefunden habe ich, ja, nicht rausgefunden, ist so normal, das müsste eigentlich auch jedem klar sein, ähm, dass der am besten nur Granulat, äh, verfüttert. Ähm, da bin ich jetzt auf der Suche und bekomme auch in den nächsten Tagen, Wochen, ähm, entsprechendes Futter mal zugeschickt. Werde ich testen und werde es euch dann zu, äh, ja, zukommen lassen, die Infos, ähm, was es genau ist und wo man es herbekommt, weil ich möchte so ein kleines bisschen von dem Frostfutter weg. Einerseits, ähm, bin ich ein fauler Mensch, ja, und hier gehst du hin, machst die Büchse einmal voll, im Prinzip. So, komm, geh auf. Ja. Vorführeffekt, so. Das Ding einmal voll machen und dann reicht das in der Regel, ähm, mindestens eine Woche auf anderthalb. Wenn man jetzt komplett darüber füttert, wird es wahrscheinlich ein kleines bisschen weniger, das muss man dann rausfinden. Aber die Jungs hier, ob es die Fadenwasche sind oder die Chromis, die sind halt sehr verfressen und von daher möchte ich, äh, mehrfach ein wirklich gutes Futter mal ausprobieren, was auch sich im Endeffekt nicht auf meine, ähm, Phosphatwerte niederschlägt und, ähm, das Frostfutter dann mal so als Goodie obendrauf. So, wenn ich dann mal abends nach Hause komme, ähm, von der Schicht nach Hause komme und dann sage, komm, wollen wir den Jungs mal was Gutes tun, weil, äh, 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 die Arthemien alleine sind, ähm, nicht so gehaltvoll, ähm, als wie die, ähm, Mysis, aber die Mysis sind, ähm, extrem, ich sag jetzt mal, ja, tragen extrem viel Phosphat ein. Also da muss man extrem aufpassen. Und von daher möchte ich irgendwie jetzt eine Lösung finden, um halt, äh, einerseits mir weniger Arbeit zu beschermen und andererseits den Fischen natürlich was Gutes tun, weil ein Fischfutterproduzent ist natürlich auch darauf aus, dass alles Mögliche drin ist, was halt unsere Tierchen brauchen. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, nächster Punkt, äh, allgemeines Befinden und Zufriedenheit mit dem Becken, würde ich mal pauschal sagen, ach, die X3 arbeitet gerade, hat auch freiwillig wieder aufgehört, sonst hätten wir ja jetzt das entsprechende Beispiel gehabt, wäre dann jetzt, äh, das Kalzium gewesen, ähm, ja, lassen wir's. Ähm, ja, allgemein sieht's tatsächlich so aus, dass ich, ähm, halt hingehe, zweimal die Woche die Scheiben putze, mit, ähm, hier meinem Scheibenreiniger von, äh, Aquavicove und mit Watte von innen außen und, ähm, einmal die Woche zum Wochenende hin oder jetzt halt zum Filmen hin, äh, habe ich die, äh, hartnäckigeren Algen entfernt, bin auch nicht ganz vollständig, weil immer dann, immer da, wo man das halt nicht sieht, äh, kommt man nicht dran oder sieht's nicht und dann entstehen dann solche Stellen hier unten oder da unten in der Mitte ist auch eine, die ich übersehen habe, ist halt schon eine große Fläche, nein, scherz mal Seite, ähm, nee, alles in allem bin ich wirklich äußerst zufrieden und, ähm, weiß gar nicht, was ich eigentlich sagen wollte. Doch, reinigen, genau. Ich bin tatsächlich, ähm, ja wirklich ein fauler Mensch und hab jetzt rausgefunden, ich hab ja den Eden 501, tolles Gerät, ähm, aber das kann man tatsächlich noch ein bisschen, äh, ja nicht, nicht verbessern, sondern anders arbeiten, weil ich bin ja wirklich faul und wenn jedes Mal diesen, äh, entsprechenden Filter hier hochholen, sauber machen, ansaugen, etc., pp., finde ich doof, finde ich voll doof, ja, und, äh, ich hatte euch ja im letzten Video ja hierzu schon was gesagt und, ähm, jetzt bin ich einfach hingegangen, hab mir hier vorne im mittleren Bereich Technikbecken eine Filtersocke hingehangen, hab entsprechend den Schlauch hier mal verlängert, erstmal provisorisch, um rauszufinden, ob es funktioniert und bin hingegangen und hab meine Rückförderpumpe, die momentan ja nur auf 56% läuft, mal auf Volllast gestellt und hab dann den Schlauch von oben direkt ins Technikbecken runterlaufen lassen, ist ja ein kleines dünnes Schläuschlein und, äh, ja, was soll ich sagen, hat wunderbar funktioniert, der Schlauch war lang genug, ähm, ich hatte die Problematik, dass hier immer an diesen Übergängen, ähm, dann mal größere Sachen hängen geblieben sind, deshalb werde ich mir auch einen größeren Schlauch jetzt organisieren, ähm, und dann, äh, der einen größeren Innendurchmesser hat, damit auch nichts mehr hängen bleibt, aber dann kann man hingehen und tatsächlich das Absaugen von oben direkt runter ans Technikbecken in die Socke rein, ähm, ganz entspannt und ohne Probleme und ohne Strom vor allem, ähm, den Detritus absaugen und das Becken auf dem Boden einigermaßen sauber machen und dann, ja, Socke raus, den Schlauch hier auf Seite gelegt, Thema durch. Ja, also für alle, die ein Technikbecken haben und wo ihre Rückförderpumpe noch Reserven hat, ähm, ihr braucht tatsächlich nicht diesen, äh, Eden 501 zu kaufen, sondern eigentlich braucht ihr nur das vordere Stück hier, ich weiß nicht, ob es separat gibt, ähm, ein ausreichendes langes Stück Schlauch und eine Filtersocke und dann einfach laufen lassen, das Ganze, ja. Mühsam nennt sich das Eichhörnchen, irgendwann bin ich dann auch mal da drauf gekommen und ja, von daher, äh, hat es jetzt tatsächlich mein Leben ein wenig erleichtert hier, ich kann, äh, ruhiger und besser und ohne Probleme das gesamte Becken abgehen, weil der Schlauch war wirklich lang genug, der Rest liegt da hinten noch, ähm, und konnte somit den Detritus absaugen. War eine ganze Menge mal wieder, weil ich hab wieder, ja, so knapp zweieinhalb, drei Wochen, ähm, nichts gemacht im Becken am Boden, aber man sieht im Endeffekt, ähm, das Becken arbeitet, äh, die Fischer arbeiten, klar, äh, da muss ja der Dreck von denen auch irgendwo hin und der sammelt sich dementsprechend hinten an den Stellen. Ja, war diesmal nicht so ein erbaulicher, ähm, Teil, würde ich sagen. Hoffe, dass ich dann nächsten Monat ein bisschen was Besseres berichten kann, äh, oder wo wir halt drüber reden können und, ja, in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video, Livestream, was auch immer, in diesem Sinne, ich zähle auf euch, vergesst den Daumen nicht, bis zum nächsten Mal, euer Viper. Ciao.